Moin Flomo! Heißt euch zu einem neuen Video aus Lübeck. Willkommen! Wir sind nach den letzten zwei Videos in Lübeck angekommen. Fahren jetzt noch ein bisschen eine Runde. Ich habe glaube ich nur 10 bis 16 Minuten Zeit mit der GoPro noch Videos aufzunehmen, weil da ist mein Speicher voll. Und ich habe mir auf jeden Fall als Aufgabe gesetzt, dass ich vor dem Holzentor ein Foto machen muss. Das ist so meine Challenge. Er ist geil, den habe ich eben schon gesehen. Ich muss sagen, ich fahre, soweit ich mich erinnern kann, zumindest sehr lange nicht in Lübeck. Also so lange nicht, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Und ich war auch noch nie selbstständig nach Lübeck gefahren. So wie jetzt heute zum Beispiel. Oh lol, Kirche sieht ja immer mega kolossal aus. Und deswegen wollte ich heute mal hier langfahren. Oder ein bisschen nach Lübeck fahren und die Stadt angucken. Weil warum nicht ein wenig Sight-Signal machen. Wenn das Wetter gut ist, dann lohnt sich das auch mal. Aber ich muss jetzt schon straight sagen, nach 2-3 Minuten hier rumfahren, dass Lübeck schon eine schicke Altstadt hat. Ich will irgendwie zu dieser Kirche da kommen. Die sieht wild aus. Sieht doch nicht so wild aus, weil von der Frontseite ein Gerüst vor ist. Oh lol, ein Amphibien-Busch. Das ist wild. Das gibt es auch in Hamburg. Das wollte ich mal machen. Habe ich bisher aber nicht gemacht. Obwohl ich glaube, dass es gar nicht mal so unwild ist. Also wäre schon schick, glaube ich. Also entweder rechts oder nochmal geradeaus. Schade, da ist schon mal eine Treppe. Aber man könnte halt von der Seite einfach in diesen Park rollen und so tun, als wäre man ein Fahrradfahrer. Nein, das sind auch Treppen, Mann. Die sind ja Fickers. Okay, man kommt nicht direkt davor. Diese Behindertenrampen, Digga. Oder wir stellen uns einfach hier auf dem Fußweg und dann hat man ein bisschen Abstand dazwischen. Das geht auch. Machen wir das. Und dann stellt man sich zum Zweifel fürs Foto machen da drüben auf die Insel, um den Abstand zu haben. Weißt du? Das klappt. Wir können eigentlich einmal drehen, ne? Ja, ähm. Das Dachbuch kommt von der anderen Seite. Reif und Reifen. Das können wir machen, ja. Das Dachbuch machen wir da. Ja. Weißt du was? Lass los schräg machen. So wie so ein Pfeil. Und da haben wir die Kamera. Janik, Bruder, immer noch kuscht, dass du mich nicht verfolgenstellst, ne? Für jegliche Scheiße. Jetzt stehen die natürlich da, Digga. Die sollen gleich dann mal weg. Ich hatte gleich Menschen, ne? Und zwar, das habe ich seine Fresse voll drauf, Digga. Da guckt man noch voll her, Digga. Ich stelle mal einfach, wenn es weg geht. Er sieht, dass wir Fotos machen, ne? Wie beide jetzt hier hängen, Digga. Und jetzt parkt er gleich richtig rein, Digga. Jetzt parkt er gleich richtig rein. Und ist gar nicht zu sehen, weil er nicht nach vorne kommt. Einmal habe ich ihn draufgekriegt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das meine, aber ja, die Karte von der Drohne eingesteckt habe. Perfekt, komplett freie Speicherkarte. Komm an. Da, wo wir herkommen. Jetzt habe ich mein Handy geredet. Das war Lübeck. Wir waren jetzt in Lübeck. Mir ist jetzt auch langsam warm. Wir haben jetzt Fotos geschutet. Auf rechts Seite der Kopfhörer, ne? Da war ich auf linke Seite. Wir haben jetzt Fotos geschutet. Ich hoffe, da ist ein bisschen was rausgekommen. Aber ich denke schon. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt den Übergang geguckt ein bisschen. Und fahren jetzt wieder Richtung nach Hause, weil man jetzt sowieso nicht so viel hier machen kann. Ich habe zum Glück noch mit meiner Tasche, weil die GoPro gerade ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir in der Speicherkarte oder wegen dem Akku tatsächlich. Aber habe ich tatsächlich noch gecheckt. Ah, Bruder, du hast schon eine Speicherkarte mit für die Drohne. Und dadurch ist ja die Drohne schon. Sogar noch schwarz, digga. Dass man hier besonders schwer sieht, digga. Wie das Ding einfach komplett in schwarz lackiert ist, damit es noch schwerer zu sehen. In Hamburg sind sie grau. Ich finde die sind schon schwer zu sehen. Aber in schwarz sind sie ja noch schwerer zu sehen als diese Grau tun. Verrückt. Guck mal. Hier ist doch ein Hafen, oder nicht? Trabemündehafen, ja. Was ist der? Trabemünde. Weit von hier? Schal ich gucken. Du wolltest den Hafen angucken. Der Hafenarbeiter will den Hafen gucken. Wahrscheinlich Trabemünde, ne? Wo sind wir denn? Da. Alter, was ist hier? Du hast doch auch Wasser. Ja, das ist diese ganzen Innengewässer, wo wir eben waren. Das ist hier die Innenstadt. Dann müssen wir hier, glaube ich, noch hochfahren. Entweder hier ist Hafengebiet. Ja, gut. Oder halt Trabemünde. Okay, ich dachte. Nix. Scheiß auf den. Den braucht man nicht. Muss keiner wissen, wo du hin willst. So, und wir sind wieder komplett raus aus Lübeck, auch aus dem Vorort. Und ich hoffe, an der Stelle das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen ist ein Träumchen. Check die Social Media Seiten. Lass dein Abo da. Und haut rein. Peace. 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 Peace.